Na, Naive sieht ganz gut aus sogar. Für Extensive. 2 gegen 1, 1 gegen 1. Beide mit 100. Da wird sich die Waffen hinhergelegt. Boah, haben wir hier gemacht. Somit werden wir Extensive erscheinen. LOL. Die wollen ernsthaft CT? Okay. Dann bin ich mal gespannt, was sie hier auspacken. Wir lassen hier im Nip somit die vermeintlich einfachere Seite. Und bei Kick gegen Bykey steht es 7 zu 1 auf der zweiten Map für den Kick. Auf das 2 ebenfalls. Und Kick ist CT, 7 zu 1, also dort der Spielstand Bykey hatte die erste Map gewonnen. So, und wir sind hier auch auf der zweiten Map. Ebenfalls das 2. Somit viel Spaß damit. Und auf Wunsch eines einzelnen Herrn. Und ich glaube, es ist auch besser so. Lass ich jetzt den Wallhack die ganze Zeit mal an. So, netter Tower in der Mitte. Aufstellung ist auch noch nie gesehen. Nehmt doch eher B orientiert. Ball. Habe ich jetzt eben runterfallen, glaube ich, den Headshot ausgeteilt. So, lang wird nichts passieren. Mitte. Ah, sie kontakten. Also sie wissen, dass nichts Plateau ist. Es ist halt jetzt Mitte der Tower gespottet. Gehen sie jetzt B vor. Ja. Also haben wir jetzt B ausgeschlossen. Extensive aber in der Überzahl. So, X ist jetzt eine ganz entscheidende Position. Wenn er dort das Duell verliert, können die CTs recht easy machen. Und der CT macht's ganz gut. Boah, X ist gewinnt's aber. Weil schon der Retake gestartet. Ein 1-CD kommt super spät über Catastro. Und er kann das... Das wird entscheidend, denke ich. Sehr schön gepusht von Neugen oder wie heißt... Warte, wie wir das... MSHZ. Schöner Move da. Nochmal verspätet. Nachdem einer über Catastro gekommen ist, nochmal über Catastro kommen. Damit hat X ist nicht gerechnet. Die haben, äh... Loch und Tor haben einfach gut abgelenkt. X ist wollte helfen, wurde da von hinten getötet. Somit wieder die Pistole für Extensive. Da haben wir vorhin auch die erste gewonnen. Danach leider direkt die... Nächste abgegeben. Spottet P250. Uiuiuiuiui. Dicke Probleme dabei, Extensive. Aber er hat richtig viel Schaden gemacht. Die HE kann sogar... Ah! Schöne HE. Also hat er... CT dann doch... Guten Job geleistet. Er wechseln uns nach rechts aufpassen, was er auch noch tut. Guuuut. Schön, Mann. Sauberes Knife von MSHZ. Und wie gesagt, das ist nicht nur spaßig, sondern... bringt auch einen enormen Geldboost. Was ihm jetzt auch die AWP verschafft. 1500 kriegt man für Knifekill. Das ist wirklich eine Sache, die ich sehr mag. Spiele über Cutters. Mal K's gekauft. E-Austausch. So, nehm jetzt wieder lang ein. Extensive übernimmt die Mitte. Kurz ist gerade offen. Okay, da bauen sie jetzt wieder um. Und Nip mit dem B-Split. So, da gibt's die erste Flash drüber. Die zweite. Aber auch Gegenflash ist von den CTs. So, jetzt fallen die ersten B-Spieler. Oh, wichtiges... Er wurde verloren von Exist. Get Red aber zur Stelle. So, Forest kann jetzt... Oh, nein. Forest-Pose bekannt. Jetzt können sie es gut runterspielen. Sollte ein Plateau pushen. Boah, schöne Pose genommen von Maniac. Extrem gut gespielt. Apex sollte jetzt vielleicht ablenken am Loch gleich. Maniac darf sich nicht zeigen. Boah, sehr schön abgelenkt. Nein! Zu früh rumgezogen. Boah, Apex, äh... Apex rettet die Runde. Uiuiui. Eigentlich gut gemacht von... Also, es war gut gemacht von Maniac. Am Ende halt müsste ich mal schossen. Und für meinen Geschmack ticken zu früh rumgezogen. Oder da einfach das Aimen kurz versagt. Eine Waffe dann somit... Äh... Vielleicht zu viel verloren jetzt letztendlich. Aber... Overall gesehen passt das doch. So, Nip hat kein Geld. Be Contact. So, eine Smoke gibt's draus. So, wir halten sie rein. Forrest teilt aber aus. Schöne Kante da genommen von Forrest. Oh, beide Bispiele jetzt tot. Zählt die sauweit weg. Mitte schimmelt noch einer. Oh, das war Get Right. Hat auch leider keinen Hit gemacht. Woll. Das hatte man dann in den Kopf nicht gesehen. Boah, schön kontrolliert da mit den HEs reingegangen. Und der letzte stirbt auch. Somit die 4 zu 0 Führung für Extensive. Nicht übel. Nicht übel. So, Kick schon mit der 10 zu 2 Führung. Krass. Also da geht's wahrscheinlich auch auf eine... Äh... Aber es ist auch... Geht's wahrscheinlich auf eine dritte Web. Was ich ehrlich gesagt nicht wirklich erwartet hab. So, wir sehen die erwartungsgemäße AWP bei Nip. Extensive traut sich aber was. Pushen die Cutters. Stehen da extrem aggro in der Mitte. Oh, auch ein geiles Doppel. Apex lenkt dort ab. Aber ich finde die Pose irgendwie nicht so gut wie in 1.6. Wenn der T da rumkommt, trifft er irgendwie meistens eher den Headshot. Ich weiß noch nicht so genau warum. Oh, ein Apex riskiert was. Geht mitte hoch. Aber sie sind schon... Ah, okay. Was ist das riskieren? Kam die Ansage, dass sie lang drauf sind. Oh, schön für ein Maniac. Sollte jetzt nicht so viel... Ah, da wollte er zu viel. Oh! Krasser Headshot von Apex. Wie viel Flan hat er verschossen mit seiner AWP wohlgemerkt? Feedback wird abgeflascht. Sieht allerdings schon wieder was. So, wissen wo beide CTs sind. Oh, da fehlt gerade die Waffe. Das Waffenmodel. So, kein Kid sollte vielleicht eher tauschen. Ah, er zieht durch. Er zieht durch. Der T weiß es nicht. Oh, er hat es geschafft. Alter, wie gut. Oh, aber... Guck mal, da war ein Kid. Da genau neben dem Spotlight ein Kid. Mach mal, dass sich vorher pickt. Oder ganz kurz abbricht. Ja, wobei, da hätte er Tee gesehen. Aber das sollte eigentlich vorher picken. Das ist natürlich super bitter, aber es hat gereicht. Also, es steht hier Nip vielleicht... Naja, okay. Ich spreche es mal noch nicht aus. Es ist eigentlich noch viel zu früh. Aber Nip steht auf jeden Fall mit dem Rücken zur Wand gerade. Es gibt jetzt einen Slow Argo. Asp gar nicht so gut gedeckt. MSHZ verschießt. City Base, Apex hat aber aufgepasst. MSHZ stirbt. Manik deckt noch lange und da kommt auch einer verzögert. Aber richtig ekelhaft verzögert. Manik weiß das. Und der Tee geht sogar so weit... Boah, so gut gespielt von 5 Laren eigentlich. Aber Manik gewinnt das so. Also, sie gewinnen gerade so ungewinnbare Duelle eigentlich. Holen da wieder ein 2 gegen 2 raus. Alter, was sie drücken! Was die Franzosen machen gerade? Unglaublich! Aber Nip irgendwie gerade läuft ihrer Form ein bisschen hinterher. Sie gewinnen keine Duelle mehr. Sie kommen auf den Spot und dann halten sie ihn einfach nicht. Money technisch. Ja, sie haben auf jeden Fall gekauft. Ich meine mit 6.0 Rücklage können sie jetzt, glaube ich, jede Runde kaufen. Der Plan gibt das erste Mal Hit in der Mitte. So, da kam die Ansage, dass sie kurz, glaube ich, offensiv sind. Deswegen faul ist da auch gerade mit dem... Boah! ... mit dem... ... äh... ... hochschalten im zweiten Gang quasi. Boah! 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 So, Nip! Ist einfach scheißegal, dass hier grad 6.0 hinten liegen. Boah! 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 Schön gedacht von Maniac. Schade, dass es nicht zu 2 Frags gereicht hat. Nur noch Happy. Okay, das fängt schon an die AE. Das wird die erste Runde für Nip sein. Na, geht auch safe. Richtige Entscheidung. Boah! Das Geld ist auch gar nicht so dick vorhanden bei Extensive. Die Gründen waren halt immer knapp. Und das spielt Nip natürlich noch in die Karten. Und so ein Spiel kann sich dann auch schon mal ganz, ganz schnell... ...drehen. Es wird nämlich jetzt schon knapp mit dem... ... mit Waffen. Wenn er sie durchkriegt, werden sie es wahrscheinlich noch versuchen. Kann mir aber... So, jetzt stirbt der. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt sogar direkt Eko haben. Also, kann mir nicht vorstellen. Die werden jetzt Eko haben. Die kaufen damit niemals. Da gibt's auch P250. Und da sieht man, sagen wir mal, wie wichtig es ist, knappe Runden zu spielen als C. Auch wenn mir jetzt hier 6.0 hinten liegt. Man gewinnt eine Runde und hat direkt die Gegner in der Eko. Kann sie direkt money fucken. Und sowas darf man nie vergessen. Auch wenn man eine hohe Rücklage hat. Wenn man vorher immer knappe Runden gespielt hat, kann man das Comeback auf jeden Fall noch schaffen. Andersrum, wenn es sowieso nie knappe Runden sind, dann haben die CTs halt so oft immer noch Geld, dass sie sich auch oft dann noch AWP leisten können und sowas. Und dann wird's natürlich enorm schwieriger. So, wo sind die CTs? Ja, grad noch mal klang. Stirb gegen Catrite. Und die anderen beiden haben Cutters gepusht. Gibt eigentlich auch keinen Grund für Nippets hier drauf zu gehen. Finde ich. So, Geld wieder da. Mr. Z direkt wieder mit AWP. Macht da eigentlich auch einen ganz vernünftigen Job. Oh, schön. Ich wollte schon sagen, nicht wäre gut, wenn die AWP geboostet wird. Erstmal, dass man sowas spielt und es könnte sich auszahlen. Nein, der verschießt. Oh, kriegt dicker EES. Oh, wie lucky. Mit drei haben die durchgekommen. Da gibt's wieder das Doppel, bitte. So, jetzt ist der Apex stirbt. Und jetzt, ich frage, ob sie mit Happy dort rechnen. Tun sie nicht. Weil er hat dicke Probleme, den Frack zu setzen. Geht direkt auf den zweiten. Sehr schön. Da kam die Ansage zu spät. War's wahrscheinlich laut im Voice oder grad verwirrend da. Catrite ist somit tot. Nur noch Gmx. MSHZ und Happy am Leben. Nippert nicht die Bombe. Wahrscheinlich oben Cutters down. Schönes Teamplay. Was wirft er da jetzt? Flash oder was? Ach ne, er hat... Oh, das Offenmodel fehlt wieder. Ich dachte die ganze Zeit, er hat er gezückte Flash. Oh man, Quake-Style. Geile Runde von Extensive. Nipp. Nipp hat aber noch Geld. Viflan vor allem kann legen. Exist kann legen. Die haben Viflan dafür, dass er wieder die AWP spielt. Steht er scoremäßig doch schon sehr weit unten. Trifft nicht. Doppel-AWP sogar bei den Franzosen. Also auch was Neues. Die spielen sich wieder aggressiv... Was heißt aggressiv? Haben lang geblockt. Friberg da allein vorgegangen. Warum auch immer. Hätte ich gesagt. Nein, oder? Oh, wie lucky das ist von Nipp. Nipp. Oh, Mann. Oh, wie bitter. So unverdient irgendwie. So random vor allen Dingen auch, die Runde. Das war jetzt nichts gut gespielt oder so von Nipp. Da war... Hat Existence einfach... Existence sag ich. Extensive. Lang einfach mal kurz gefailed. Schon ist die Runde verloren. Meiner Meinung nach total unverdient. Zumal der T da... Allein einfach vor ist. Ohne dass... Meine ich vorher klar war... Ob die kurz offen sich sind oder sowas. Oh, das erste Mal das Flan da was am Tor tötet. Drei am B. Aber Getride nur... T-Base von T-Base abgedeckt. Pusht nicht vorher. Also sie rechnen da sogar mit nem Bego. So. Und Nipp. Wiederüberlagen machen da die perfekte... Treffen da die perfekte Entscheidung. Jetzt haben sie Katas gepusht. Wissen sie jetzt auch so langsam, wo der Hase läuft. Äh, wie der Hase läuft. So. Aber im Hände... Ich meine sieben Runden. Der geht noch mehr. Meinen Pistole haben sie gewonnen. Nehmt grad mal mit vier... Nehmt zwei Equipped Rounds, wenn man die Ecos von Extensive abzieht. Leider hier Doppelspar. Mal... Diesmal Richtung lang. Mal... ... Ne... 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 Falle oder so. Oder hat Epex sogar ne Flash? Sollte sie vielleicht... Ach schade, sie sind schon mit raus. Boah Nipp. So gute Entscheidungen. Gerade. Auch wenn sie vielleicht... ...random sind. Aber sie haben jetzt... ...jede ECODI-Lücke gefunden. Boah, schöner Schuss von der PSZ. Vielleicht kann ein Maniac da noch was machen in Cutters? Nee. Wir haben jetzt gut von lang geholt. Maniac's Posey auch bekannt. Zumindest so ungefähr. Krass. Kicker hat die zweite Map gewonnen mit 16 zu 4. Wahnsinn. Also, so kommt's zu ner dritten Map. Kann so so blocken wieder lang. Nimm's halt mit dem ersten. Also, es geht wieder gut los. Baut um. Also, A ist sehr stark gedeckt. Flan schiebt nochmal in die Base. So, B-Speed wäre jetzt eigentlich wieder gut. Und sie spielen's. Boah, war guter E. B. So, jetzt die Flash ist drüber. Und da steht... Wer am B. Oh, ist eh schon gestorben. Beide Spieler fallen. Wie schlecht aber Extensiv da auch die Mitte deckt. Sie sind halt super anfällig für B-Split. Oder B allgemein. Und das hatten wir auf jeden Fall schon verstanden. Und genau so spielt man's. Sie fangen zwar First-Track an lang. Aber ist ihnen scheißegal. Sie orientieren sich direkt. Da gibt's direkt die Ansage, was gespielt wird. Bauen direkt um. Und spielen das sogar relativ früh. Und John ist nipp wieder ran. Mit 6 Runden. Extensiv mit der nächsten Echo. Für Flan hittet auch langsam was durchs Tor. So, nipp wieder mit der typischen Entscheidung überlang. Also wenn man... Boah, ich... Ich würde immer... Ich würde's mal freuen, wenn dein Team extremes Anti gegen Nipp macht. Also bezeichnet... Ähm... Bei Nipp in Ecos... In Anti-Ecos. Wie Standard aufbauen. Dann geschlossen lang oder B-Split. Verbotlich eher alle lang. So, der Ausgleich. Nipp hat sogar noch mal die Chance, hier die erste Halbzeit für sich zu entscheiden. Oh, Doppel-ABP. Aber ich glaube, Forrest hat nur... Hat sie nur gekauft, weil eh viel Geld hat und als erstes zielen kann. Boah. Boah. Da hat MS hat jetzt keine Chance gegen zwei APPs. Schade, dass sie hier direkt wieder in die Unterzahl, in die Runde starten. So, aber hey. Refact von Apex. Ziehen sich aber defensiver Spot zurück. Wieder orientieren sie sich B. So, der RAMS auf GameX an. Ist bisher... Der schlicht ist die im Team und das stellt er auch gerade schon leider unter Beweis. Kannst sie direkt Headshot, dukt da hoch. Nipp hat einfach Instant Headshot gegeben. Bomb has been planted. Und MS ist jetzt mit dem Retake-Versuch. Free-Berg stand aber auch wieder zu gut. Equipment haben sie zwar noch viel, aber... Ob das reicht? Ich wage es zu bezweifeln. Oh, da flächeln sie sich sogar selbst. Und jetzt guckt er nicht mehr links, äh, rechts an die Kisten, an das... an die Fässer. Oh, und dann sterben sie alle. Nipp gewinnt hier sogar noch die Halbzeit, nachdem sie... 5-0 hinten lagen, dann 6... 5-1 oder 6-1. Ich glaube 6-0 war es, oder? Dann 6-1, dann 7-1. Also obwohl sie 7-1 hinten lagen, machen sie noch das 8-7 raus. Krass. Dennoch... Die Franzosen extrem stark in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit. Die Mitte wird angelegt. Die Flanken hat ja schon gut... Damage. So lang wurde gesehen... kurz... Block wird abgebrochen. Ein bisschen go. Boah, kassieren aber... Nein! Hast'n Pech. Scheint jetzt B zu gehen, aber sie sind laut. Boah, und das wird nicht schwer für Exist... äh, für... Nipp, da jetzt gegen sie stehen. Aber Mania konnte den Spot-Spieler töten. Dementsprechend vielleicht der Fehler. Boah, schade. Katastrophe das Duell nicht gewonnen. Sie haben auch leider keine Fläche mehr, um rauszupushen. Der MrZ macht das einfach auf Timing. Sehr schön. GameX sogar mitgezogen. Also gut kommuniziert. Sie haben sogar die Bombe könnten A gehen. Und da fehlt wieder das Maffen-Model. Boah, jetzt können sie es eigentlich fast nicht mehr gewinnen. Flaan steht ja zu gut in der Mitte. Oh, GameX. Boah. Schöner Headshot. Ach, Flaan hat sogar die Bombe am Tor. Und Flaan macht's. Nipp gewinnt die Pistol. Overall Pistol-Statistik 2 zu 2. Wenn ich hier nichts zwischendurch gehauen hab. Ich glaub schon. Also XS sind sie vorhin auf Inf die erste gewonnen. T-Pistol verloren. Und jetzt hier wieder genau so. So stellen sie sich dafür B-Go auf. Wenn jetzt eine Forest-Treffel. Was? Bitte? Wir sind da aber nebeneinander oder hintereinander standen. Alter. Was für Dinger das schon wieder waren von Forest. Von Forest. Einfach abnormal. Geht unter Terroristen gewinnen. Forest hat sich glaub ich nochmal angeguckt eben. Er wusste selbst, dass das ein bisschen heftig war. Aber kein Problem für ihn. So, noch ne Echo für Extensive. Vielleicht bekommt Getrad jetzt mal was zu tun. Vielleicht bekommt Getrad jetzt mal was zu tun. So, wir gehen jetzt über kurz. Für Flaan deck dort. Ah, hat nur P250. Sparta anscheinend auf AWP. Und Exist hält ne Flash. Sehr schön. Wir flachen aber auch. Bisschen blind. So, das ist ja eh. Sind auf Spot. Könnte gefährlich werden. Ah, schade. Bombe ist nicht da. Aber Headshots hier on mass. Ah, schade man. Dort ein bisschen Ticken, äh, Ticken eher rumziehen. Er kriegt vielleicht einen leichteren Frag. Er hat dennoch ne akzeptable Echo von Extensive. Und die Spot-Pose einfach so imbar irgendwie. Dadurch, dass man einfach nicht bangen kann, so richtig. Zuerst der Quip. MSHZ. Wie gewöhnlich mit AWP. Aber für Flaan müsste eigentlich auch einen haben. Nip blockt kurz. Apex sehr schnell dort. Gibt's nen Tower zu kurz? Apex war schon sehr früh da. Nip hat damit nicht gerechnet. So, Apex sieht ihn. Und er geht auf Frag. Nein! Mach ihn doch! Oh, wie bitter! Guck dich die AP an. Mit drei AP kommt er da durch. Wie lucky Nip aber auch manchmal ist, ey. Unglaublich. So, er ist zwischendurch gestorben. Extensive mit der Überzahl. Wir müssen das holen jetzt. Sag nicht, der hatte die Bombe. So Spot A war angesagt. Mitte geht's raus. Treffen da auf Forrest, der eben schon extreme Schellen gegeben hat. Gibt jetzt keine. Sauber. Und jetzt nur noch Friedberg. CT Base. B kann raus. Sehr schön stirbt. Und nur noch Get Right mit der AWP von Flaan wahrscheinlich. Sehr schön. Gutes Gas von Apex. Schade, dass er den zweiten nicht kaputt gekriegt hat. Aber der war ein bisschen unlucky. Okay. Bomb has been planted. Toll. Mal den Fuß gesehen. Captain hat wechselt direkt auf Farmas. Terrorists win. 2. 1. 3. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. Nip hat auf jeden Fall Geld. Extensive mit einem extrem defensiven Aufbau. Guck mal, da sind sie noch T-Base hinten. 20 Sekunden lang T-Base schümmeln, NP. Bombe auch down, hat jetzt Apex gepickt im Todesgang. Nip eher B-Split-lastig, also Anti-B-Split-lastig. Apex ist auch wirklich immer der, der vorgeht. Sollte die Bombe vielleicht eher legen. Oh, es geht wieder kurz in A. Wie gesagt, eigentlich gar nicht so gut gedeckt. Nur zu zweit. Exist steht da auch Anti-Fläche. Also sie rechnen wirklich mit einem B-Split. So, jetzt der Contact. Schöne Hits schon gegen Exist. So, die ziehen sich lang weg. Also das wahrscheinlich auch geplant soweit. Oh, jetzt geht sie bitte raus. Kriegen den Frag. B... Oh, muss Tor aufpassen. So, jetzt muss... Oh, das ist totales Chaos gerade. Mobiles, äh, Plateau. Ah, schöne Flasch. Das sieht man, macht den Flasch leider nicht. Und beide über Cutters. Oh, schlechte Entscheidung. Jetzt Bombe ist schon down. Ah, wenn sie doch mal durchgegangen. Der war doch schon aufs Spot. Warum gehen sie nicht einfach hinterher? Warum müssen sie doch mal Mitte raus? Oh Gott. Das war eine schlechte Entscheidung. Apex war noch schon aufs Spot. Verstehe ich nicht. Einfach lang weiter abflächen, dann vorgehen, legen. Runde Medium Save. So war Runde... Naja. Nicht mal ansatzweise Save. Das ist so witzig mit dem Waffenmodel. Also GoTV backt mal wieder schön rum. Hoffentlich tut sich bald mal wieder was. Waffensteil jetzt genügend Zeit gehabt haben. Ach, schön. Waffensteil genügend Zeit gehabt haben mittlerweile. Um Feedback anzusammeln zu können. Für GoTV. So, genau so. Smoken, legen. So hätte man eben die Runde spielen müssen. So, auch wenn Manik da jetzt stirbt. Oh, geht halt auch noch ein. Gefährlich. Ich denke, ein Shot von Happy. Oh, jetzt nur noch Happy. Sauber macht den ersten. Wird abgezählt. Bombe wird schon gefused. Und die liegt schlecht für ihn. Bombe wurde defused. Geh unter Terroristen. Ich double face palmiere gerade. Oh, Mann. Da habe ich vorhin schon so ein bisschen gefragt, warum sie Dutt hinlegen. Und ich einfach zu kurz. Oh, da geben sie einfach eigentlich gewonnene Runden aus der Hand. Und das darfst du gegen Nippe halt nicht machen. Oder das kannst du dir einfach nicht erlauben. So, eigentlich. Dennoch freut es mich, dass es hier Extensiv auf jeden Fall mithalten kann. So wie hier kein, keine Zerstörung oder so sehen. So, schönes Timing. Aber Getrad halt wieder direkt zur Stelle. Oh, da war er eigentlich drauf. Aber dieses Deagle ist eh eine komische Waffe in CSGO. So, der Weg ist wieder schnell, kurz. Aber wird wieder außerhalb gedeckt. Keine AWP bei Nipp. Jetzt vielleicht nochmal so ein Fake. Ah, die Fläche. Ich weiß nicht, ob die so gut ist. Da gibt es Gegenflächen, die Base. Boah. Da gucken sie sich fast direkt an. Oh, dann nippst du da wieder super. So, da fehlt eigentlich jetzt nochmal ein Nachsmoke. Boah, schöner Headshot von Apex. B vielleicht drüberflächen. So, sehr schön. Apex muss da sogar den Frack noch machen. Ach, das stimmt. Happy leider an der Mitte. Ach, Runde gar nicht. Ach, die Bombe noch nicht. Nein, er hatte die Bombe, oder? Ne, man, ihr kattet sie. Schade, da hat er gewartet, bis Apex nochmal was macht. Aber Getrad ist einfach zu stark. Da wurde auch ein Loch gesehen. Sollte jetzt eigentlich fast noch... Er braucht halt einen Frack, ne? Also, aimstark sind die Franzosen, ja, keine Frage. Bombe müsste er auch noch durchkriegen. Ach, schade. Getrad einfach mit gutem Pre-Aim. Aber da muss er auch nicht wirklich... ...irgendwo anders hinziehen. So, nip, mit dem Draw. Gut, geldtechnisch ist immerhin noch... ...sieht es ganz okay aus bei Extensive. Ich glaube, er ist wieder in der Mitte raus. ...gegangen. Allein. Oder? Forrest da eigentlich immer vor B. Och, was ne gute Flash. Ich wollte schon sagen, nein, da rennt er eben rein. Aber da gab es noch mal eine Flash von irgendwoher. Da sieht man einfach die Klasse von Nip, wie gut sie teilweise... ...was sie für ein extrem gutes Team-Lehrmann... ...dann ist es Faust. Scheißegal, dass es aufs L geht. Er gibt den Headshot. So mit GG-Kratz an Nip, die hier somit ins Halbfinale einziehen. ... ... ... ...